Schorup-Datenfahrt, Paderborn & Touchwoods. Sean Kevin, Paderborn & Touchwoods. Kevin Kane, ähm... Keine Frage. Max Lehnert, Mannheim-Zunados. Nico Engelhardt und Shettensturm. Sven Schiller soll den Alligator jetzt. Sascha Kochbund, Kevin Sturm. Ich hab... Nein, noch mal, warte, warte, von vorne. Ich fühl mich grad bedrängt von dir. Okay, Wolfgang kann ich gleich zweimal machen. Einmal japanisch. Mach nochmal. Zweimal. Wolfgang Reiter, Asos Steelers. Und Wolfgang... Oder Kira Miyajima, Japaner. Okay, warte noch mal. Max Greim, Friesing Grizzlies. Benjamin Taki, Paderborn & Touchwoods. Elias von Garsten, Friesing Grizzlies. Nino, Brian, Pascal, Cacapetsch, Berlins Schlager. Stink, stink. Jeffrey Tolles, Lede, Mannheim-Tonados. Tim Straub, Friesing Grizzlies. Wer bist du? Tarek Girichu, Paderborn & Touchwoods. Gut. Lukas Degmann, den Städtensturm. Danke. Mannes Boy, BSV NRW, DBA, Düsseldorf-Benditz. Aufgabe. Betreuer, medizinische Betreuung, Team, Mama. Mutter Theresa. Ne, nicht wirklich. Nein. Passt nicht ganz. Miss Dacaut und Dacaut Prinzessin. Deine. Deine Tische. Genau. Maxi, rein. Deine zweite Europameisterschaft steht bevor. Bist du schon nervös? Ne. Wieso nicht? Das ist alles ein ganz normaler Ablauf für mich. Also ich mach mein Ding. Ich starte gegen Schweden. Und es ist alles happy, weil der Chicken hat jetzt eine Bayern-App. Und eine Japan-App. Und jetzt kann ich mich sogar auf Bayerisch mit ihm unterhalten. Und er versteht es. Besser läuft es nicht. Nichts-O. Ein出ererererererererlehrer. Schleid euch ab. Schleid euch ab. Hui. Huish. Huish. Ja, die hat es sicher. Sollten man mehr ab. Go ahead. Also man wird auf jeden Fall, egal was passiert, hinterher sagen können, wir hatten seit Jahren nicht mehr so eine gute Gruppenkonstellation, mit der wir viel anfangen können, viel erreichen können und deswegen setzen wir auch erstmal schon alles mit Wolfgang auf Spiel 1, damit wir hoffentlich mit mindestens zwei Siegen uns weit oben in der Gruppe positionieren können und dann mal gleich ins Halbfinale einziehen und dann ist auch für das Halbfinale unser Number One Star wieder ready, das heißt so von dem Timing her ist es eigentlich auch ganz gut von dem normalen Spielplan und Ablauf her und die Jungs haben durchaus Potenzial, wir haben noch nie so starkes Pitching mitgebracht, das Hitting macht auch einen sehr guten Eindruck über das Wochenende, haben sich alle sehr gut in Form gezeigt und ich denke die Stimmung ist auch gut, von daher kann es an diesen Punkten nicht liegen. Und Babys, wollt ihr was trinken? Okay, danke. Oh, Ero, nach hinten hier beide. Was habt ihr euch gehört? Ich hoffe, ihr habt euch gehört. Alter, das ist echt gut. Hey. Okay. So, ich bin zu nahm. Lass doch die Säule auf. Magst du es bringen? Oh, das ist überhaupt nicht. Oh, das ist überhaupt nicht. Ich bin hier, wie ihr bitte ein, ich weiß. Ich bin hier mitinne. kleinen, kleinen und unterstellen auf,